Hallo, ich bin Angelo. Ich mache eine klare Pizza von Raffaele Vetrugno, das Favorit von Raffaele. Leckere Pizza Diabola, Tomate, Mozzarella, piccante Salami. Ah ja, Diabolo. Ist das eine bekannter Pizza in Italien? Ja, da wurde viel überkocht in Italien, weil das eine piccante Pizza ist. Da liegt die Pizza Diabolo. Ja, prachtig. Oh la la. Lekker. Bon appetito. Ja. Die nehm ich mit. Für das Café.